Ja, komm, das nehm ich. Das packen wir hier rein. So, äh, Sell Items. Achso, Steuerung, ne? Ja. Das kann weg. Das. Der Ring kann weg, das Schild kann weg. Akzept! Äh. Für Chase Items. Ich würde gerne noch ein paar Rollen kaufen, Schriftrollen fürs Portal. Die gibt's hier bei Messer, ne? Flaschen. Hier, ne? Oh. Drei Rollen der Identifikation, also Witz und Wurz kostet das? Alter Schwede. Ja, aber die kriegen wir ja wieder, wenn wir Sachen verkaufen. Also das ist nicht ganz so schlimm. Hallo, noch eine, bitte. So. Dann müsste ich mal meine Truhe gucken, was ich da noch hab. Guck mal hier, die können wir noch zusammenpacken. Wir haben schon wieder eine neue. Was ist das hier? Was ist das hier? Hab ich das schon drinne? Ne. Na gut. Alter, wie viele Fächer wir haben, wa? So, die wollte ich mal hier auf zwei legen und die andere mal auf eins. Kann ich die mal irgendwie... Ah, okay. Ah, okay. Ist besser. Ich hab ne neue Quest, oder wat? Was ist das denn? Ah, okay. Oh, da kann ich auch hinreisen jetzt. Da kann ich hinreisen? Moment. Achso, ich wollte erst noch was trinken, Leute. Sorry. Mach mal kurz den Ton aus. Und da bin ich wieder. Ich glaub, das war ein Fehler jetzt, Energy Drink zu trinken. Nicht, dass ich immer rübsen muss. Ne, da kann ich nicht hin. Ich kann nur hier hin. So. Äh, den Regen. Ja, den können wir mal verkaufen. Ist ja Wurst. Bin ich hier jetzt richtig? Ich glaub schon. Das ist auch geil, weil die Gebiete an sich nicht groß sind. Die Zwischengebiete. Wisst ihr? Da kann man sich nicht so leicht verlaufen. Die Wege sind eigentlich recht einleuchtend. So, hier musste ich doch jetzt hin, ne? Wie ging nochmal das mit der Karte? Ach, ich kann ja hier draufklicken, ne? Hier. Ne, das ist ja nicht. Wo ist denn das? Hier. Hier muss ich hin. Ach, ich muss noch weiter rüber. Okay. Muss ich mal kurz aufschlossen. Ich muss irgendwo hier so lang. Ja, hier ist es natürlich schlecht. Aber man sieht hier nicht so viel. So ein bisschen Irrgarten mäßig. Ach, ich hab ja meinen neuen Skill noch gar nicht reingezogen. Was heißt reingezogen? Ach, hier ist er ja schon. Bei W. Okay. Nice. Den muss ich natürlich auch noch leveln. Ach, macht der immer, wo ich meine Maus hinhalte. Geil. Alter Katzen, hört doch mal auf. Voll geil, das Ding. Wenn das richtig Schaden macht, ey, bringt das wohl ne Menge. Jetzt geht doch mal weg hier. Ah, da ist ne Portal Scroll. Warten, hab ich hier gekauft. So, äh, laut der, ähm, Forum soll man erstmal auf, äh, Cast Speed gehen. Und das ist auch ein bisschen sinnvoll. Man hat ja gesehen, bei der einen Quest, wo ich keine Chance hatte zu casten, war das schon recht nervig. Achso, ich wollte da sowieso mal gucken. Wo ging das? Bei K? Ne. Wo waren das mit den Skills? Ah, bei P, ne? Ja. Ja, und ich bin hier auf Dings gegangen. Ich kann aber welche zurücknehmen. So, nehme ich die zurück und die. Apply. Apply. Das kann ich hier hin skillen. Und apply. Dann gehe ich nämlich hier so lang. Und hier ist dann Feuer Damage, ne? Wo war, ne, wo war denn das? Ja, das ist natürlich scheiße, weil man hier nicht so richtig durchsieht. Hier ist auf jeden Fall. Bla, bla, bla. Wo war denn das? Ah ja, hier, siehste? Ne. Ach, ich hab keine Ahnung. Ich seh hier nicht so richtig durch. Also, ich hab gesehen, die hat hier lang geskillt. Ah, hier ist Feuer Damage, siehste? Wahrscheinlich einmal komplett rum, oder wat? Denn hier hin? Dann könnte ich ja hier eigentlich mal lang gehen, für live. Hier sind Resistenzen. Oh, wat man, alter Schwede, ey. Das wird richtig heftig, noch später. Aber so richtig treffen die Feuer Bälle nicht, ne? Da liegt ja immer noch einer. So, die Portalrolle. Oh. Oh. Man. Ich muss aufpassen. Ich hab meine Hand immer extra auf die Tränke. Komm, jetzt, geh weg. Aber wirklich Schaden machen, die haben wir nicht. Ach, ich hab ja das Energy-Schild, ne? Ja, ich spamm das jetzt mal ein bisschen, weil ich das, äh, ja noch leveln muss. Soll ja ein bisschen Schaden machen. Alter, mit Warn-Dittels. Da, level ab. Vor allem ist das, das hört sich auch so geil an, ne? Ach so, apropos anhören. Ich hoffe mal, der Ton ist jetzt okay. Ich hab vorher keine Testaufnahme gemacht. So, jetzt muss ich das hier machen. Apply. Hey, nochmal. Hä? Hä, warte, das verstehe ich nicht so ganz. Das verstehe ich nicht so ganz. Da ist das Squad of Witzin. Hey! Hier ist eine Sackgasse. Ach, geil gemacht, ey. Dieses Gebiet gefällt mir auch wieder ein bisschen. Äh, was heißt ein bisschen? Das gefällt mir sehr gut. Nur ein bisschen verwirrend. Boah, was geht denn ab? Warte, da oben muss ich... Kann ich nur lang. Mal wieder ausmachen. Hier, siehst du, warte schnell noch auf uns. Ach so, siehst du, deswegen. Ich hab mich nämlich schon gewundert. Ich denk so, boah, ich hab den doch gekillt. Warum hat der denn noch einer volles Leben, den ich gar nicht gesehen hab? Entweder kackt der so ein Vieh aus oder ich mach quasi nur seine Hülle kaputt immer. Ja, das sieht so aus wie so eine Hülle. Guck, dann geht die kaputt. Und dann steht er nackt vor uns. So, warte mal kurz. Ich muss mal kurz Pause machen und das Spiel... Äh, die Aufnahme pausieren. Ich muss mal kurz was machen. So, da bin ich wieder. Time mal wieder starten. Die Katzen machen immer noch Krach. Wie Zoom. Ach so. So, mal gucken, wartet hier noch so alle chillen. Oh. Alter, warum treffe ich den nicht? Okay. Ja, aber richtig Schaden macht das noch nicht. Dauert aber noch ein bisschen. Boah, ey, die Katzen machen einen Krat. Das sind so eine kleinen Viecher, weißt du? Gerade mal so groß wie eine Hand. Die gehen mir richtig auf den Sack gerade. Ja, tut mir leid. Das ist natürlich jetzt Kacke in der Aufnahme. Boah, ey. Ich muss vielleicht mal pausieren und warten, bis die pendet. Geht gar nicht. Geht mal weg jetzt hier. Ja, und ich würde mal sagen, ich pausiere jetzt mal. Ich portere mich jetzt mal nach Hause. Und dann warte ich, bis die Fischer pennen. Also. Hoffentlich wird es jetzt gespeichert. Gut, alt, klar, dann fahre ich jetzt mal eine kurze Pause. Bis später. So, da bin ich wieder. Und wie es aussieht, ist unser Portal weg, nachdem ich das Spiel beendet habe. Ich glaube, das Portal ist immer hier so, ne? Das ist natürlich jetzt blöd. Die Katzen pennen mittlerweile, beziehungsweise... Die streiten sich gerade um die Zitzen von meiner Katze. Aber egal, jetzt ist es auf jeden Fall ruhiger. Und wir porten uns wieder hier hin. Ja, ist natürlich jetzt scheiße. Warum speichert der denn das nicht mit den Portalen? Das klappt bei Diablo, bei Part of Exile anscheinend nicht. Vielleicht hätte ich auch irgendwas machen müssen, um das zu speichern? Ich habe keine Ahnung. Aber egal, dann laufe ich eben... Oh, die leben ja alle wieder. Ach du Scheiße. Muss ich mich wieder durchkämpfen jetzt, oder? Oh, das ist ein Chess. Ne. Warte mal, ich kann ja noch ein bisschen skillen hier. Was hat denn... Eine Brust! Ja, für... Für diese Schurken ist das... Wie viel braucht das Ding denn eigentlich noch? Brauche ich das reingepackt? Hier? Ne. Hier habe ich das reingepackt, genau. Alter. Ja, okay, umso... Später im Spielverlauf, desto mehr braucht man dafür schon. Also ich will jetzt am besten... ...auf Feuer gehen. Wie schon gesagt. Weil es halt diesen... ...ääh... ...diese Chance hat, auf diesen Schaden über Zeit... Oha. Oh, ist schon tot. Ich spame das jetzt einfach mal. LOL! Daneben geschossen und noch jemand anderen getroffen. Und eine Squall of Witzin. Jetzt sag nicht, ich muss die Dinger jetzt wiederholen, eine. Ah ne, cool, da ist jetzt eine Squall drin. Die Squall of Witzin... Oh. Ist ja die Währung in diesem Spiel. Was heißt... ...ist relativ wichtig? Oh. Orb of Transmutation. Ich weiß nicht, was es ist. Aber es hört sich cool an. So, wo war denn jetzt die scheiß Höhle? Ne, hier war es falsch. Hier. Steinachs, toll. So. Ja, hier war die Höhle. Hier kann ich rein. So. So, sag ich, dann dauert es schon wieder. Sag einfach, dann dauert es so. Mittlerweile ist es auch schon halb sechs durch. In ein paar Stunden beginnt der Stream. Ich wollte eigentlich noch pennen. Dann ist mir eingefallen, dass ich noch Videos hochladen muss. Und beim Hochladen von den Videos ist mir aufgefallen, dass ich noch eine Folge Part of Exile für morgen habe. Und das war's. Und dann hat sich das alldlich mit Schlafen gehen. Jetzt muss ich wieder warten, bis die Katzen pennen. Und oh, Mann. Ich hab's schon nicht leicht. Ja, ja.